Hast du manchmal das Gefühl, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt? Eine Nierenerkrankung kann sich oft durch subtile Anzeichen bemerkbar machen, die leicht übersehen werden. Hier sind sieben Warnsignale, auf die du achten solltest, um deine Nierengesundheit im Blick zu behalten. Nummer 1 Müdigkeit und Schwäche Ein konstantes Gefühl von Erschöpfung kann ein Anzeichen für Nierenprobleme sein. Die Nieren spielen eine wichtige Rolle bei der Beseitigung von Giftstoffen. Wenn sie beeinträchtigt sind, sammelt sich Abfall im Körper, was zu Erschöpfung führt. Nummer 2 Schaumiger Urin Ein auffällig schaumiger Urin kann auf Proteinverlust hinweisen, was oft ein Anzeichen für Nierenschwäche ist, da die Nieren Proteine normalerweise im Blut halten sollten. Nummer 3 Bluthochdruck Die Nieren regulieren den Blutdruck und den Flüssigkeitshaushalt. Bei Nierenproblemen steigt häufig der Blutdruck, was wiederum die Nieren zusätzlich belastet und einen Teufelskreis schafft. Nummer 4 Kurzatmigkeit Wenn sich Flüssigkeit im Körper anstaut, kann es zu Atembeschwerden kommen, insbesondere wenn sich Wasser in der Lunge ansammelt. Eine häufige Begleiterscheinung von Nierenschäden. Nummer 5 Anhaltender Mundgeruch Ein ungewöhnlicher Ammoniakgeruch aus dem Mund kann auf einen Anstieg von Giftstoffen hinweisen, die die Nieren nicht mehr ausreichend filtern. Nummer 6 Konzentrationsprobleme Wenn die Nieren Giftstoffe nicht richtig ausscheiden, kann das die mentale Klarheit beeinträchtigen und es schwerer machen, sich zu konzentrieren. Nummer 7 Schwellungen an Beinen und Füßen Die Nieren helfen, überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Wenn dies nicht mehr geschieht, führt es zu Schwellungen in den unteren Extremitäten. Wenn du eines oder mehrere dieser Symptome bemerkst, könnte es ratsam sein, einen Arzt aufzusuchen. Frühe Diagnose und Behandlung können helfen, weitere Schäden zu verhindern und die Nierengesundheit zu bewahren. Das war's für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen hoch und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere spannende Videos zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.